Das ist die Malika, die lebt mit dem Johnny. Malika! Malika! So, sie ist auch ungefähr so groß, sie ist ein Schäfermixi, ganz eine süße freundliche Maus, die auch noch Küsschen gibt, wo es gibt. So viele Pussi. Sie ist kastriert, sie hat überhaupt keine Probleme irgendwo angegriffen zu werden, also ein ganz freundliches Hundchen. Sie ist auch jung. Wie haben wir gesagt, Malika? Auch sie ist ungefähr ein Jahr alt, eineinhalb maximal. Sie hat schneeweiße Zähne und sie ist wirklich ein absolutes Schätzchen. Gute kleine Malika. Gute kleine Malika. Ja, hübsches Mädchen. Kommt sie zu mir auch. Es ist ruhig. Da ist alles verrückt, was ich sie wieder auf Gottes樹 fallen will.